Guten Morgen meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch viele Vorträge gehört von Herrn Ahlers eben zuletzt mit einem positiven Ausgang und positiv soll es eigentlich hier jetzt auch in dieser Runde weitergehen, denn die Frage ist, woher kommt denn nun das Wachstum? Jetzt haben wir viel lamentiert, wir haben viel gehört, wo es nicht läuft und das können wir hier natürlich auch machen, aber ich wäre Ihnen dankbar in dieser Runde, wenn wir bei jedem unserer Themen vielleicht am Ende eine Idee haben, wie es besser gehen könnte. Also woher kommt das Wachstum? Und diskutieren möchte ich gerne vielleicht zunächst die Damen mit Nicola Beer, der Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, langjähriger FDP-Europaabgeordnete, mit Julia Klöckner, der wirtschaftspolitischen Sprecherin der Union, mit Herrn Wurmser. Herr Wurmser ist Gründer des größten Minenvorhabens, was wir in Europa haben, was in Norwegen ist. Die machen das aus der Schweiz heraus, der ist sozusagen unser neutraler Player hier. Und mit Herrn Pellis von Amundi, er ist der Deutschlandchef dieser großen Fondsgesellschaft und ist natürlich für die finanzielle Brille hier vielleicht der richtige Ansprechpartner. Herr Ahlers, wir kennen uns schon, Sie kennen ihn schon und ich würde sagen, jetzt starten wir einfach mal in die Runde. Stichwort Investition, Investitionsbank. Wie läuft es eigentlich? Wir haben vorhin gehört, es läuft viel an Deutschland inzwischen vorbei. Es fließt eigentlich mehr Geld ab. Gleichzeitig, Frau Beer, Sie sitzen in dieser Investitionsbank. Sie haben große Projekte, die Sie fördern. Nennen Sie uns doch mal eines dieser Projekte, was Sie selber fasziniert, wo Sie sagen, Mensch, da sind wir aber voll auf der richtigen Seite und da geht auch was voran. Das sind insbesondere Projekte, wo wir investieren. Es geht ja letztendlich darum, zu investieren in die Zukunft der Europäischen Union, aber auch in Partnerschaften weltweit. Was ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, ist eben von Herrn Ahlers, aber auch von Herrn Feld schon angesprochen worden, ist zum Beispiel die Absicherung unserer Rohstoffkette. Also das Thema kritische Rohstoffe ist eins, wo wir in allen Bereichen entsprechend unterwegs sind mit Projekten. Das fängt an bei der Frage Mining. Wir hatten ja auch schon letztes Jahr noch im politischen Prozess den entsprechenden Austausch. Das geht weiter über die Frage Verarbeitung. Aber insbesondere, und das ist etwas, wo ich finde, wird es dann spannend, Substitution, also Forschungs- und Entwicklungsausgaben mit anzuschieben über Investment oder eben auch im Recyclingbereich. Das ist das, was so die Low-Hanging-Fruits sind, wo wir relativ schnell Rohstoffe eben auch absichern können. Und die Absicherung heißt letztendlich Risikomanagement, wenige Abhängigkeiten, China, andere autoritäre Staaten. Das kommt alles mit Kosten, weil das sind Sachen, die man nicht kalkulieren kann. Das heißt, uns muss es darum gehen, und da sind wir natürlich als Investitionsbank der Europäischen Union auch durchaus politischer aufgestellt, als das normale Geschäftsbank das kann. Uns muss es darum gehen, Risiken zu minimieren, Forschung und Entwicklung voranzubringen, große Infrastrukturen hinzustellen, die wir dann brauchen, sei es Produktionsanlagen, sei es Netze, Energie, aber auch im Mobilitätsbereich, um das voranzubringen. Bei dem ersten Stichwort, weil eben Herr Wurmser auch da sitzt, und jetzt kommen wir eigentlich schon zu einem anderen Thema, es ist Energie, es sind Rohstoffe. Es geht darum, bei Norge Mining ein großes Minenprojekt in Norwegen zu fördern. Das ist ein gigantisches Vorhaben. Am Ende werden dort Dinge gewonnen, die wir alle für Batterietechnik und andere seltene Erden gebrauchen können. Es ist das größte Vorhaben in Europa. Fördern Sie das? Wir sind in ersten Gesprächen, kann man, glaube ich, so sagen. Heute hier hinter der Bühne oder wie hat das geklappt? Noch ist das Projekt nicht in einem förder- oder bankfähigen Zustand, da sind wir uns an der Stelle auch einig. Aber das sind genau die Sachen, wo wir jetzt gemeinsam als Europäer drauf gucken müssen. Und das ist auch nicht nur eine Sache von einem Mitgliedsland an der Stelle, sondern da müssen wir wirklich europäisch ansetzen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir dafür letztes Jahr in Europa auch einen Rahmen geschaffen haben. Es ist im Grunde genommen über einen Stresstest auch die Kug das Schauen, wo sind Klumpenrisiken, wo müssen wir diversifizieren. Und da ist natürlich das nicht nur eine Frage, zusätzlich Rohstoffe zu bekommen von einem weiteren Produzenten, sondern es ist auch eine Frage, Technologie, neue Technologien vorzuführen, die wir dann wieder exportieren können. Weil machen wir uns nichts vor, so viele Minen wir auch wieder reaktivieren oder neu erschließen auf europäischem Kontinent. Wir werden immer auch mit Partnern weltweit zusammenarbeiten müssen. Und ich fände es gerade auch als Bank spannend, wenn es europäische Produzenten sind, die dann dort ihre neuesten Technologien einsetzen und wir darüber eben auf vielen Beinen aufgestellt sind, egal wo dann gerade mal eine Schifffahrtsstraße ein Problem hat oder anderes, dass bei uns eben die Produktion da nicht stillstehen muss. Herr Wonser, ich frage jetzt nicht, wie viel Sie von ihr brauchen, das machen wir hinter der Bühne, aber ich frage schon, tun wir zu wenig, um die Bodenschätze, die es in Europa gibt, freizulegen, zu fördern? Da gibt es ja das eine oder andere und wir sind unterwegs und wir kaufen gefracktes Gas von sonst woher, machen es nicht, wir gucken nicht, was noch in der Ostsee liegt. Wie ist Ihre Einschätzung? Das muss man historisch jetzt zuerst mal sehen. Europa war immer historisch ein Importer von Rohstoffen und nicht ein Produzent oder Exporter. Das ändert sich jetzt alles und zwar wurden wir bedingt durch die ganzen geopolitischen Entwicklungen in den letzten Jahren, die Pandemie und so weiter, wurden wir da reingezwungen. Und wenn man jetzt redet von Förderung, also wer Rohstoffe fördert, fördert auch die Industrie. Und wer Rohstoffe in Europa fördert, fördert die Industrie, die Domestikindustrie in Deutschland, Frankreich, überall. Und deswegen ist das so wichtig, die Rohstoffe stehen am Anfang von jeder Produktionskette, überall, egal wo. Ich dachte, wir haben keine. Öl haben wir doch. Reden wir jetzt mal über Skandinavien. Zum Beispiel, die Norweger sind gesegnet mit Öl und Gas, die Norweger sind gesegnet mit Rohstoffen. Also nicht nur die Norweger, auch die Schweden. Also Skandinavien ist eigentlich so ähnlich wie Kanada. Von der Geologie her hat sehr viele Rohstoffe, die unsere Industrien voll und ganz auch stützen können. Aber man muss etwas tun. Und es sind sehr viele Bestrebungen, die sind jetzt im Gange. Es gibt da zwischen der EU und den Norwegern, gab es jetzt da auch eine Verbindung jetzt auch, die hergestellt wurde. Eine Vertiefung, man hat Agreements unterschrieben und so weiter. Da haben wir auch mitgepusht. Das ist ganz wichtig. Viele Initiativen, auch die USA, ist extrem aggressiv unterwegs. Also es geht was voran, es bewegt sich was in Europa, dass man in diese Richtung denkt. Ja, es bewegt sich. Am Anfang war es ein bisschen schwerfälliger, wenn man mit den Industrien geredet hat. Da haben wir immer gesagt, ja, ja, also vor dem Krieg noch in der Ukraine hieß es, ja, ja, wir haben Rohstoffe in China und wir haben Rohstoffe in Russland. Das hat sich einfach verändert und man muss jetzt einfach schnell umdenken. Und das ist jetzt einfach, es ist im Gange. Man merkt, es kommt langsam ein bisschen Momentum rein. Und wichtig sind die Gespräche zwischen einer EIB und den Industrien und den Rohstoffen vor allem. Also Rohstoffunternehmen, Industrien möchten Planbarkeit, möchten eine Planbarkeit haben für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Die kann man haben, wenn man sich mit den richtigen, wenn man sich die Rohstoffressourcen sichert. Und wenn man sich in politischen Gegenden sich sichern kann, wie in Europa, wo ich weiß, die nächsten 20, 30 Jahre kann ich Rohstoffe fördern und erhalten und ich habe den Zugang dazu, dann muss man das wirklich unterstützen und pushen. Es sind Sachen, es sind auch Gesetzesänderungen unterwegs zum Beispiel, wo man sagt, man muss die Rohstoffförderung auch beschleunigt unterstützen. Also das zum Beispiel bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Rohstoffunternehmen fördern kann, dass man den Bewilligungsprozess zum Beispiel, den Zeitablauf verkürzt. Also man sagt dem Fast Track Approval. Das ist alles on the way, das ist alles in the making. Ich würde gerne mal, Frau Klöckner, Sie nicken. Also wenn Sie als wirtschaftspolitische Sprecherin der Union sowas hören, wächst dann in Ihnen der Wunsch, wenn es mal zu einem Wechsel in dieser Regierung kommt, dann geben Sie die Rohstoffe frei. Dann wird gefreckt, was das durchhält. Dann wird in der Ostsee gesucht, was zu finden ist. Und Herr Wurmser jubelt, weil er Geld für sein Mining-Projekt erhält. Ich freue mich ja, wenn er jubelt. Erstmal guten Morgen. Natürlich geht ein Fracken, was das Zeug hält, wäre ja unsinnig und politisch unklug. Aber wenn wir jetzt einfach mal uns anschauen, wie die Lage ja ist, 98 Prozent der seltenen Erde, die die EU benötigt, importieren wir 98 Prozent aus China. Wir werden zu 98 Prozent beliefert aus China. Es geht nicht um die Coupling, sondern die Risking. Und wenn wir uns anschauen, Gallium zum Beispiel, also wenn man sich auch mal vor Augen führt, für was wir auch diese Rohstoffe brauchen. Zum Beispiel für Touchscreen, für Smartphones oder für die Energiewende, seltener Erden, für Batterien, für vieles andere auch. Dann wird einem schon klar, dass politische Ziele, die wir haben, nicht gehen ohne Rohstoffe. Und wenn wir uns schauen, wo bekommen wir die Rohstoffe her, dann aus China sehr, sehr konzentriert, dann ist das ein Problem. Das muss man sehr deutlich sagen, das ist keine Diversifizierung. Und wenn man lessons learned aus Russland einseitige Abhängigkeit wirklich anwenden will, dann müssen wir mehreres tun. Zum einen natürlich auch schauen, was wir in Deutschland an Rohstoffen auch bergen können. Es kommt außerhalb nicht gut an, wenn Deutschland gegen Kernenergie ist, aber Kernenergie importiert. Wenn Deutschland gegen Fracking ist, aber das Ganze dann woanders. Also mit der Begründung, sei umweltschädlich, das mutet man dann anderen zu. Oder das Thema Verpressen, das wollen wir bei uns nicht, aber wir machen es dann in Norwegen. Verpressen ist Müll in der Erde vergraben. Nein, nein, CO2. CCS und Storage. Und die Frage ist ja am Ende immer, wie stellen wir uns strategisch so auf, dass wir selbst, wir werden nie unabhängig werden komplett, aber dass wir selbst das auch bergen, was wir auch haben, auch Gas vorkommen zum Beispiel. Zweiter Punkt, da werden jetzt, da hat die Bundesregierung durchaus einen Punkt, sie hat es in ihrem Koalitionsvertrag stehen. Jetzt weiß man nicht, wie lange eine solche Legislaturperiode dann hält und wenn sie dann bis zum Ende hält, ist es auch nicht mehr sehr lange, um das umzusetzen. Zweiter Punkt ist, wir brauchen Handelsabkommen. Man muss sich mal anschauen, wie lange das Mercosur-Abkommen, also es ist ausverhandelt, aber die Importe aus den Mercosur-Staaten sind von 2022 auf 2023 um 20 Prozent gesunken. Und unsere Exporte 10 Prozent dorthin gesunken. Und das sind aber auch, ich muss mal sagen, Länder, die unsere Werte teilen. Und ich halte das für absolut unklug, immer dann politisch noch eins drauf zu satteln, dass sie dann alle unsere gendergerechten Forderungen dann auch noch umsetzen sollen in deren Ländern. Also ich fasse mal zusammen. Und kurzum, diversifizieren hier im eigenen Land, aber Partnersuchen nicht nur auf China setzen. Also eine unionsgeführte Regierung würde bei Rohstoffen stärker suchen und sie würde mehr Handelsaufgaben versuchen abzuschließen. Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht sehr komplex, würde ich jetzt sagen, als Fazit. Ganz einfaches Fazit. Genau, aber am Ende müssen wir uns klar sein, auch wenn der Kanzler nach China reist, wir können nicht ohne China, aber wir brauchen andere Partner. Und da schauen wir nach Australien, was es an Lithium dort gibt, dass wir da nicht aktiv sind. Das halte ich wirklich für einen Fehler. Herr Pelles, wo kommt denn das Geld dafür her? So ein Minenprojekt ist unglaublich teuer. Gibt es genügend Kapitalsammelstellen in Europa? Gibt es genügend Investoren? Gibt es genügend Gesellschaften, die in der Lage sind, privat und öffentliches Geld zusammenzuführen, um sowas zu finanzieren? Ja, es gibt einige, aber nicht genügend. Also von da in Europa. Also wir sind in Europa momentan zurückgegangen von 2008, 48 Prozent EU Asset Manager nach ungefähr 20 Prozent. Das ist ein dramatischer Rückgang. Die EU-Western entgegen ist von 51 auf 70 Prozent gestiegen. Also die Kapitalgesammelstelle liegt ja nicht mehr in Europa, Deutschland, die liegt eher außerhalb Europa. Und wenn wir das dann fördern wollen innerhalb Europas, Deutschland, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Bürger das Geld auch zu uns bringen können. Und das tun wir eigentlich zu wenig. Wir fördern das auch zu wenig. Es gibt wenig Anreize. Das muss nicht nur steuerliche Anreize sein, aber es sind es bestimmt auch. Aber es sollte auch Anreize sein, damit der Kunde in der Lage ist, wieder zu verstehen, dass er investieren kann. Und das Kapital brauchen wir halt, weil nur Steuergeld wird nicht ausreichend, um alle Projekte, die wir in Europa vorhaben, irgendwie zu fördern. Was muss passieren, damit der Kunde das verstehen kann? Erstmal, wer ist der Kunde? Und was ist genau der Anreiz für ihn, der da sein müsste, damit er investiert? Also der Kunde ist letztendlich, das sind wir alle. Also grundsätzlich können wir alle investieren. Wir tun es halt zu wenig. Also es gibt eine Umfrage von OECD, wobei der erwachsene deutsche Bürger 21 Prozent der Finanzfrage gut beantworten kann. Das heißt, dass er 79 Prozent nicht gut beantworten kann. 20 Prozent der Deutschen haben Aktien, Aktienfonds und ETFs. Das ist viel zu wenig. Und klar ist das natürlich eine Bildungslücke an der einen Seite. Die andere Seite gibt es auch wenig Anreizen. Und wenn man dann redet über steuerliche Anreize, dann hört man heute, dass es wieder nicht erlaubt ist. Aber irgendwie muss man das abschauen in andere europäische Länder. Das Modell wird erwähnt von Schweden mit der ersten Säule Altersvorsorge. Holland, Frankreich, da gibt es halt Anreize mit den Bürgern. Etwas eher bereit ist, das Geld in Aktien, Aktienfonds, ETFs reinzustecken. Und das brauchen wir halt, weil wir brauchen mehr Fremdkapital. Wir haben ja jetzt eine Aktienrente, so ein bisschen. Ist das der erste Schritt? Das ist ein Tropfen auf den heißen Platten, würde ich mal sagen. Das ist nett, um vielleicht der Aktienkultur etwas mehr Verständnis zu geben. Aber das Geld reicht bei langen Jahren nicht aus, um diese Altersvorsorgelücke irgendwie zu füllen. Also die erste Säule ist vielleicht die Bekämpfung gegen Altersarmut. Aber die zweite und die dritte Säule soll viel mehr gefördert werden. Und die zweite Säule, es gibt wenige wie 50 Prozent der deutschen Unternehmen, die das ihre Mitarbeiter anbieten können. In Frankreich zum Beispiel, wenn man mehr als 50 Mitarbeiter hat, muss man ein BAV anbieten. Und die private Altersvorsorge gibt es einfach nicht in Deutschland. Was man macht, macht man selber und darin bezahlt man brav Steuern. Und das ist in anderen europäischen Ländern nicht der Fall. Herr Allers, Sie haben eben das Thema Förderung auch in Ihrem Vortrag angesprochen. Sie haben die große, diesen Inflation Reduction Act in den USA angesprochen. Ein gigantisches Programm. Kann da Europa eigentlich überhaupt mithalten? Und wenn Europa da mithalten kann, ist es nicht eigentlich am Ende ein völlig ruinöser Subventionswettlauf, den wir da angefangen haben? Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Perspektive. Ich habe es ja schon im Vortrag angesprochen. Erstmal vom Volumen her unterscheidet sich Green Deal und Inflation Reduction Act gar nicht so sehr. Also die sind auf Augenhöhe. Es geht nicht um mehr Geld, es geht um die Art, wie man es verteilt. Jetzt kann man immer sagen, ist das nicht irgendwo so ein Subventionswettlauf? Und wenn es ein bestehendes Geschäft wäre, was sich nicht verändert, würde ich dem auch uneingeschränkt zustimmen. Nur wir müssen hier sehen, wir müssen uns transformieren. Weiter so ist doch keine Option. Wir können doch nicht weiter so auf der Erde wirtschaften, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Und es kommt andere hinzu. Und Frau Klöckner hat es angesprochen, wir müssen da Vorbild sein. Weil ja, wie will man jemanden davon abhalten, zu Wohlstand zu kommen? Wir werden keinem das verbieten können. Und wenn die einfach den Weg nachziehen, wird der CO2-Ausstoß zu hoch sein und so weiter. Wir müssen andere Wege finden. Und das heißt, wir müssen in die Transformation investieren. Und da heißt es, wir müssen jetzt loslegen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit zu verschenken. Ich glaube zum Beispiel, das Zertifikate-Handelssystem ist an sich das überlegene System, um das zu machen. Nur leider, bis das richtig in allen Wirkungen greift und spürbar erlebbar wird, dauert es noch ein bisschen. Inflation Reduction Act, heute investieren, heute die Steuergutschrift, das ist halt als Kickstarter für die Transformation wirksam. Es muss dann auch, ich meine, die ganzen Investitionen, die jetzt gemacht werden, müssen ja dann auch mal geguckt, was ist in zehn Jahren mit denen. Wie rechnen die sich, wenn es nicht so kommt? Aber es lässt sich per heute, um loszulegen als Vorstand, als finanzierende Bank und als besser rechnen in den USA, ich habe einen Bescheid, das kann ich steuerlich absetzen. So funktioniert das. Als wenn ich mit einem Projekt komme, wo ich sage, da gibt es wohl Fördertöpfe, die Förderrichtlinien stehen noch nicht ganz fest. Und dann weiß ich nicht und vielleicht kriege ich einen Zuschuss auf das verkaufte Produkt. Und wenn der Markt sich so und so entwickelt, könnte das reichen, dass ich hier mit Gewinnen arbeite. Das funktioniert halt nicht und deshalb glaube ich, ist dieser Anstoß richtig. Staat darf intervenieren in Wirtschaft, um Entwicklungen anzustoßen. So wie es ausgestaltet ist, das ist wichtig. Und vielleicht letzter Punkt. Wir hatten doch schon mal eine ähnliche Situation. Das ist immer ein Punkt, den ich mit meinen Kindern diskutiert habe. Wir haben immer gesagt, ihr habt nie was für Umweltschutz gemacht. Und dann sage ich nur, das ist aber ein harter Vorwurf, war aber anders. Ich glaube, es waren die 90er Jahre, als wir plötzlich abends in der Tagesschau den braunen Schwarzwald gesehen haben. Das ging uns doch ans Herz. Da sind wir doch losgelaufen und haben Katalysatoren. Aber jetzt ist der auch wieder grün. Ja, aber was haben wir gemacht? Katalysatoren für die Autos und Entschwefelung der chemischen Industrie. Mit einem regulatorischen Rahmen den Impuls gesetzt. Dann hat man Technologielösungen gesucht. Und der Katalysator unter dem Auto. Die Automobilindustrie fand das damals nicht lustig. Aber was ist denn geworden? Die deutschen Autos schnell und sauber. Wir sind Vorbild in der Welt mit so einem Auto. Aber da muss ich mal, damit es, also, dass ein bisschen Stimmung auch reinkommt. Also, da muss ich widersprechen. Oder ich habe eine andere Sichtweise darauf. Die USA haben auch politische Ziele. Und die Frage ist aber, ob ich, wie ich reguliere. In den USA, die haben, wie gesagt, ähnliches Volumen. Die haben ein politisches Ziel ausgegeben, wie viel Reduktion sein muss. Und dann heißt es, feel free, komm da hin, mit welcher Technologie du es willst. Man bekommt, vier Aspekte gibt es, wenn man alle erfüllt, muss man dort sein. Klar, hat auch was mit ziemlichen Lokalpatriotismus dort zu tun. Oder auch Protektionismus. Aber man bekommt eine Steuergutschrift, man bekommt eine Bürgschaft, man bekommt Geld, etc. Aber in Deutschland, oder speziell, sage ich jetzt mal, in der EU, ist es anders. Politik geht ins Mikromanagement rein. Und das ist ein Problem. Also, wenn wir ein Ziel setzen, wo man hinkommen soll und sagt dann, seid erfinderisch, technologieoffen, kommt da hin, dann ist es gut. Aber wenn wir vorgeben, selbst wie es im Heizungskeller aussehen soll, wenn wir vorgeben, dass der Verbrenner verboten wird, wir Politiker sind keine Wissenschaftler, deshalb kann ich auch nicht wissen, was rauskommt, bevor überhaupt geforscht wird. Und das, glaube ich, ist ein Problem, diese Subventionsspirale gepaart mit einem Mikromanagement. Und dann wird das subventioniert, was die eigene Politik erschwert hat. Jetzt muss ich mal politisch fragen, Mikromanagement seitens der EU. Beklagen ja viele, an der Spitze der EU sitzt Frau von der Leyen, ist Ihre Partei, Sie haben die da hingeschoben. Ist das eine gute Idee gewesen? Wie soll denn das weitergehen? Und die steht jetzt noch mal zur Amtszeit an, zur nächsten. Also ich weiß nicht, ob Sie auf Ihren Job geschoben worden sind. Ich glaube, Sie waren noch qualifiziert. Also insofern, na, Sie sind ja erst mal von der Verfasstheit, wissen Sie ja, dass ein Kanzler oder Kanzlerin ganz andere Kompetenzen hat als ein Kommissionspräsident oder Kommissionspräsidentin. Ich meine, ich bin ganz froh, dass Herr Timmermans weg ist. Der war für mich kein Kommissar, sondern Aktivist. Und da haben wir gesehen, welche Probleme wirklich die Unternehmen gehabt haben. Wir werden nie Vorbild sein können, wenn wir zeigen, dass das Modell wirklich in der Krütze nachher ist. Also wenn wir zu schnell zu viel wollen, ich finde das Ziel richtig, da bin ich voll bei Ihnen. Aber wenn wir zeigen, dass wir damit Wohlstand wirklich aufs Spiel setzen, Werte vernichten und am anderen Ende andere an uns vorbeiziehen, dann wird das keiner uns nachmachen. Dann will keiner so sein wie die EU. Und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass wir nach diesem Green Deal jetzt ein Growth Deal brauchen für unsere Industrie. Ohne das wird es nicht funktionieren. Letzter Punkt. Wenn hier nicht produziert wird, dann heißt es ja nicht, dass nicht produziert wird. Dann wird woanders produziert, aber unter schlechteren Umweltbedingungen. Und holistisch gedacht, also auch für den gesamten CO2-Fußabdruck, fühlen wir uns vielleicht für einen kurzen Moment gut. Aber unserem Weltklima hat es nichts gebracht. Und deshalb sage ich, hier muss es geschehen. Hier müssen wir die Wirtschaft stark machen mit Zielen. Aber dann bitte auch technologieoffen und rein in das Thema Forschung und Entwicklung. Wir diskutieren hier alle eine Form der Industriepolitik, wo man Champions fördert, wo man versucht, auch nationale Unternehmen weiter zu fördern und an der Weltspitze zu halten oder solche herzubekommen. Eigentlich, bei mir Ludwig Erhard Gipfel, eigentlich kommen wir aus einer völlig anderen Welt, aus der Ordnungspolitik. Frau Beer, Sie sind FDP-Vertreterin. Was ist denn mit der guten alten Ordnungspolitik, wo wir darauf vertraut haben, dass sich die Guten durchsetzen werden und wo wir den Rahmen geschaffen haben? Wir machen jetzt hier Industriepolitik und reden über Subventionen und Förderung. Ist das nicht schrecklich? Da würde ich Ihnen so nicht zustimmen. Also das ist genau das, was ich vorhin versucht habe anzusprechen. Wir sind eine Investitionsbank und nicht eine Förderbank. Das heißt, wir investieren in Projekte, die auf der einen Seite sich am Ende des Tages rechnen müssen. Wir sind aber bereit und deswegen der Finanzierungsamt der Europäischen Union, ein gewisses Risiko zu gehen, auch mit unseren Projektpartnern. Gerade, wenn wir vorhin über Rohstoffe gesprochen haben, ja, das ist geopolitisch notwendig. Das ist wirtschaftlich sinnvoll. Das ist auch unternehmerisch sinnvoll. Aber manche dieser Projekte kann ich heute noch nicht eine 150-prozentige Garantie darauf geben, dass das am Ende des Tages jedes dieser Projekte wunderbar sein wird. Es muss im Gesamtmix nachher stimmen. Aber wenn wir es heute nicht angehen, also wenn wir heute zum Beispiel nicht in Forschung und Entwicklung investieren, die Produkte, von denen wir hochgradig abhängig sind, ersetzen können. Ja, also zum Beispiel in Batterien statt Grafitt zu verbauen, aus Silizium oder auf Holzbasis Kathoden bauen können, dann sind wir überhaupt nicht mehr abhängig an der Stelle. Das können wir hier selber. Wenn wir heute nicht den Mut haben, auch in Europa wieder Minen zu eröffnen oder neue zu schaffen. Und auch Deutschland hat solche Vorkommen. Also es ist ein riesiges Lithium-Vorhaben im Rheingraben. Da muss man dann eben den Mut haben, mit Bevölkerung zu sagen, dass wir das auf eine Art und Weise hinkriegen, die umweltlich verträglich ist, die sozial sogar zusätzliche Arbeitsplätze schafft und die uns unternehmerisch, industriemäßig absichert. So, und das sind Sachen, wo ich glaube, dass wir uns jetzt ehrlich machen müssen. Wir waren sehr, sehr bequem in der Vergangenheit. Wir haben alles das, was stinkt, was Krach macht, haben wir gesagt, das können wir importieren. Jetzt müssen wir eben zeigen, dass wir es a selber können, dass wir aber auch mit Technologie drin sind, die eben anders dasteht als vor 30 Jahren. Das heißt, wir bringen wirtschaftliche Aspekte und umweltpolitische Aspekte wirklich in eine Balance. Und da bin ich sehr bei Herrn Ahlers. Ich glaube, das sieht Frau Glöckner aber ähnlich, dass wir das dann auf marktwirtschaftlicher Ebene machen. Weil wir können es zum Beispiel mit Zertifikaten, können wir es bemessen. Wenn ich CO2-Ausstoß dann eben in Zertifikate umbaue, dann kann ich das mit einem marktwirtschaftlichen Instrument machen. Wenn ich die Australier gehen weiter. Das dauert aber einfach total lange, hat Herr Ahlers gerade gesagt. Aber schauen Sie, die Sache ist doch, das ist glaube ich etwas, wo wir insgesamt als Europäer besser aufgestellt sein müssen. Und das ergibt sich ja jetzt gerade die Tage auch wieder aus dem Letterbericht. Nicht kurzfristig, Tag zu Tag getrieben reagieren, sondern eine langfristige Perspektive haben. Ich war schon vor mehreren Jahren in Indonesien unterwegs. Da hat mir der stellvertretende Parlamentsprecher gesagt, wir möchten gerne mit euch CO2-Handel machen. Wie funktioniert denn das mit euren CO2-Zertifikaten? So, das sind attraktive Modelle, aber wo wir dann eben das nicht zerreden dürfen, sondern auch mal daran festhalten, warum nicht aufspringen auf den Zug der Australier, die sogar jetzt Biodiversität in Zertifikate packen und dann eben nicht über umständlich komplizierte Regulierung kommen, sondern sagen, wir handeln das. Machst du was für Biodiversität, dann kannst du damit Geld verdienen. Wer dem schadet, der muss entsprechend Geld einbringen. So wie bei den CO2-Zertifikaten. Also sich einfach mal auf so eine Linie begeben, ist richtig. Und norwegischer Investor, wird hier zu viel zerredet? Entschuldigung? Wird zu viel zerredet, wie Frau Berger? Dauert es zu lange? Ist der Prozess in der europäischen Gemeinschaft, ist dieser Entscheidungsprozess etwas zu mühsam? Also Rohstoff, diese Rohstoffregulierung haben wir jetzt in neun Monaten durchgebracht. Er wäre froh, wenn er in neun Monaten eine Genehmigung hätte. Das ist nicht schlecht, das war schnell, das muss man sagen. Ja, man muss jetzt sehen, wenn man es mit den USA vergleicht, mit Australien. In Australien ist ein Kontinent, ist eine Regierung. USA ist ein Kontinent, eine Regierung, haben sehr viele Rohstoffe. Wir haben in der EU, also wir, ihr habt in der EU 20 Moving Targets. Jeder hat seine eigene Befindlichkeit. Die Portugiesen haben Lithium und die deutsche Autoindustrie braucht das Lithium für die Batterien zum Beispiel. Die Portugiesen sagen, not in my backyard, oder? Und das ist eben das Schwierige innerhalb von der EU, den Nenner zu finden, oder? Den gemeinsamen Nenner. Aber ich glaube, das nennt sich Demokratie. Bitte? Das nennt sich möglicherweise Demokratie. Ja, da muss man halt das politische Modell ein bisschen anpassen. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiss nicht. Aber nein, es ist, das liegt in der Natur des Systems, oder? Wir debattieren die ganze Zeit. Ein Beispiel, das ist mir einfach geblieben, in der Pandemie, oder? Da bricht die Pandemie aus. Und dann jedes Land kocht sein eigenes Trüppchen. Wo kriege ich meine Masken am schnellsten? Jedes Land hat den eigenen Kurs gefahren. Mit den Impfungen war das genau das. Wir hatten alle chinesische Masken, glaube ich. Ja, genau, der Lieferant war derselbe. Aber die Käufer haben, jeder versucht selber etwas zu... Also auch bei den Impfungen dann später, oder? Und das muss vielleicht... Da muss jetzt mal eine Lanze für die EU auch brechen. Ich meine, dass man sich als Schweizer ein bisschen einsam fühlt. Aber der Punkt ist... Man muss jetzt... Also die EU hat gezeigt, wirklich in der Corona-Pandemie, wie die Beschaffung von Masken, wie das Thema Impfstoffe gemeinsam angegangen werden kann und noch anderen Ländern, das heißt Kontinenten in Afrika, auch geholfen werden kann. Also ganz da reden sollten wir es nicht. Aber das Thema Demokratie, da würde ich jetzt... Demokratie kann auch besser werden. Also im Rahmen dieses Systems. Das heißt, dass diese ganzen Verfahren der Genehmigung und der Planung, die können beschleunigt werden durch eine Genehmigungsfiktion zum Beispiel. Also dass quasi so eine Art Beweislastumkehr dann da ist. Es gibt unterschiedliche Behörden und Mentalitäten. Und wenn einer sagt, mir ist egal, wer unter mir seinen Betrieb schließt oder nicht, dann ist das schlecht. Und wenn so etwas wirklich... Also es hat etwas mit, klar, Digitalisierung zu tun, aber auch mit einem Geist, den wir haben. Und wenn das nicht klappt, dass das ein einzelner Behördenmitarbeiter macht, dann müssen wir eben, finde ich, so eine Genehmigungsfiktion einführen. Wenn bis zu einem gewissen Punkt etwas nicht genehmigt ist, gilt es als genehmigt. So, aber das geht noch im Rahmen der Demokratie. Cool. Also zum Beispiel in Norwegen haben die auch... Also wir haben damals mit dem Wirtschaftsminister diskutiert auch, der hat gefragt, braucht ihr Förderung? Und da haben wir gesagt, eigentlich schon, aber von euch wollen wir kein Geld. Von euch wollen wir fast-tracked approvals. Das ist mehr wert als Cash. Das ist eigentlich der Punkt. Und haben Sie bekommen? Ja, wir sind dran. So, und da sind wir aber doch in Europa dran. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel, wir haben Explorationslizenzen und wir haben jetzt im Dezember haben wir eingegeben für Förderlizenzen. Normalerweise ist ein Prozess, der geht drei Jahre oder vier Jahre. Das haben wir im Dezember gekriegt und die haben uns zugesagt, Ende April, Anfang Mai haben wir die. Vier Monate. Bitte? Vier Monate. Ja. Das ist extrem schnell jetzt. Und ich finde es gut, man merkt, das habe ich ja vorhin gesagt, es kommt ja Momentum rein, auch in der EU. Also das läuft jetzt schon langsam. Frau Beer dazu. Ja, nee, ich wollte sagen, da sind wir ja gerade bei. Also deswegen haben wir ja die Regulierung gemacht für die kritischen Rohstoffe. Das ist im Grunde genommen eine Art Schnellweg im Genehmigungsverfahren. Ich meine, manche Mine hat 15, 20 Jahre gebraucht, um dann gesagt zu bekommen, geht nicht. So, hier sind jetzt Vorgaben, 18 Monate, 24 Monate, dann steht das Projekt. Also das sind Sachen, das geht natürlich. Und das geht auch mit 27. Das war hart zu verhandeln. Das sage ich noch mit alter, mit altem Hut quasi, weil die Mitgliedstaaten alle gesagt haben, nee, meine Verwaltung läuft aber so und es muss so bleiben und so bleiben. So, und am Ende des Tages haben wir gesagt, für die strategischen Projekte gibt es den Fast Track, weil da Zeit Geld kostet und Unsicherheit Geld kostet. So, und das ist es doch, was ein Unternehmer braucht. Der will schnelle Entscheidungen. Er will eine Sicherheit, dass wenn er investiert und das sind große Investments, das sind langlaufende Investments, dass hinten nachher auch was rauskommt, das Ding Geld verdient, was er wieder reinvestieren oder ausgeben kann. Das sind das Ausnahme. Also die Projekte, die geführt werden, wir reden über Demokratie, das ist toll. Demokratie heißt reden, aber heißt auch zuhören. Und vielleicht mal statt kleiner Revolutionen mit kleiner Assisterung mal eine richtige Änderung durchführen. Und dann machen wir viel zu wenig in Europa. Und wir machen viel zu wenig gemeinsam als Europa. Also wenn wir mal für etwas stehen, dann braucht man nicht Protektionismus vielleicht. Das lässt man in andere Regionen über. Aber eine bessere Zusammenarbeit in Europa, das müsste mal gefördert werden. Und es gibt jetzt nette Ausnahmen, aber es sind meiner Meinung nach Ausnahmen. Also Förderung rechnet sich immer. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie können sich erinnern, vor zwei, drei Jahren, Suezkanal, Evergreen, liegt quer im Suezkanal. Sechs Tage hat sie den Suezkanal blockiert. Sechs Tage. 24 Stunden später hingen hinten 100 Chefe, die Anker werfen mussten. Das ist mal das Erste. Diese sechs Tage haben die Weltwirtschaft zwölf Milliarden gekostet. Und als der Kanal wieder frei war, brauchte die internationale Logistik, das Netzwerk, das Network, ein Jahr, um wieder in die Gänge zu kommen. Das hat, ich meine, wenn man sich das vorstellt, sechs Tage kostet die Weltwirtschaft zwölf Milliarden, dann rechnet sich jede, jegliche Form von Förderung, ist es das Geld wert? Dass man Resilienz herstellt, dass man Vertikalität herstellt, dass man Unabhängigkeit herstellt, dass man nicht abhängig ist von solchen Lieferketten aus China oder aus Russland zum Beispiel. Das ist das Geld immer wert, diese Förderung. Das rechnet sich, oder? Also Resilienz herstellen. Aber ich würde gerne, Herr Pelles, bei Ihnen jetzt auch noch mal ansetzen. Wir haben das Thema Wachstum hier und wir können uns vorstellen, dass man an einem Steuer- und Sozialabgabensystem einiges bewegen kann, um dieses Wachstum deutlicher zu befördern. Wo würden Sie da ansetzen? Ich sage mal Kosten der Arbeit. Sind die in Deutschland so, dass sie überschaubar sind oder würden Sie aus Ihrer Expertise sagen, nee, das System kann man aber mal entscheidend verändern? Gibt es da einen Hebel? Also Expertise ist toll. Also wie Sie hören, bin ich Holländer, habe ich acht Jahre in Frankreich gelebt und kam nach Deutschland. Und mein Netto-Gehalt war viel, viel weniger wie vorher. Also die Abgaben sind riesig. Von Frankreich, was anscheinend das Höchsteuerland in Europa ist, das stimmt gar nicht. Und die Förderung, die es dort gab, war viel höher wie hier in Deutschland. Also um diese Unterschiede mal anzusetzen, da reden wir über Social-Sicherheit. Also Sie sind auch da hingeschoben worden, wie Frau. Aber wenn dann auch die Altersversorger-Problematik viel anders gelöst ist, mit Ansätzen, die, man darf vielleicht nicht sagen, wie vorhin Steuervorteile, aber nennen wir es mal Migrationsvorteile, ja, und damit auch externe Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen. Wenn die hier viel mehr Steuer zahlen und keinen Vorteil haben, dann gehen sie halt nach einem anderen Land. Also Mel in Holland, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, vor zwei Wochen, ein Riesenprojekt dieser holländische Regierung, wahrscheinlich Timmermans, vielen Dank, dass Sie es ihm zurückgegeben haben. Hatte Wesse Brüssel bleiben können. Sind Sie ein Fan von Herrn Timmermans? Nein. Ich glaube, dass auch nicht viele Fans in Holland mehr hat. Aber das Problem ist, ASML droht, oder es gibt Gerüchte, dass sie vielleicht nach Frankreich umziehen wollen. Es wird das erste Mal, dass die Produktion von Holland weggeht, nach Frankreich. nach Frankreich. Also dieser Dialog zwischen Wirtschaft und Politik, die wir in Deutschland viel zu wenig machen, wird in anderen europäischen Ländern viel mehr geführt. Frankreich ist da, glaube ich, das beste Beispiel. Herr Allers, was kann man in dieser Investitions, in dieser Steuerpolitik machen? Sie haben eben in Ihrem Vortrag das Thema Abschreibung, Superabschreibung genannt. Da geht eigentlich was voran. Ich weiß gar nicht, wie der Stand genau ist, aber was ist vorangegangen und was müsste eigentlich viel deutlicher vorangehen? Also ich glaube, politisch ist im Moment eine Steuerreform, die wir dringend brauchen, geboten und sollte angegangen werden. Nur ich glaube, mit der jetzigen Konstellation ist sie nicht sehr realistisch, dass sie das bringt, was wir haben. Und das ist ja auch ein bisschen das, was sich aus dem amerikanischen Denken widerspiegelt. Dadurch, dass ich heute investiere, gehe ich davon aus, dass es der Wirtschaft zukünftig gut geht und dann die Steuereinnahmen habe, um meine Finanzierung zurückzubekommen. Dieser Mut fehlt uns ja ein bisschen. Wir sagen immer, erst mal einnehmen und dann gucken wir ein bisschen und haben jetzt ganz lange keine Steuerreform gemacht. Und das muss man einfach sagen, wir sind nicht allein, wir sind keine Insel drumherum, haben alle was gemacht, wir sind wieder ans Ende der Steuerskala gerutscht. Also ich bin schon, ich habe es gesagt, weil ich im Moment es politisch nicht für realistisch halte, aber eine Steuerreform wäre geboten mit einer deutlichen Reduzierung. Das ist das Erste. Wenn man das politisch nicht durchsetzt, für private und für Unternehmen. Ja, an beider Seite, wir müssen ja mobilisieren und Sie haben das als einen Aspekt angesprochen, wir sind auch in der Bildung zurückgefallen, junge Leute denken, die sich dem globalen Wettbewerb stellen wollen. Die denken heute global, die gehen in die USA, die wollen, ich glaube, Mediziner ist im Moment die Schweiz unheimlich attraktiv als Arbeitsmarkt. Und die gehen auch nicht nur wegen des Geldes, das ist auch, dann kommt man immerhin so eine einseitige Diskussion, sondern weil die Bedingungen besser sind, weil die Perspektiven besser sind. Wenn wir da erst mal Braintrain haben, haben wir das nächste Problem. Also auch Privat entlasten, insgesamt die Wirtschaft entlasten. Das ist schon wichtig, um Kräfte freizusetzen, um zum Beispiel Forschung und Entwicklung zu machen. Das ist dringend geboten. Also mein Eindruck ist, dass wir hier bei Forschung und Entwicklung gar nicht so schlecht sind, in den Hochschulen, in den Universitäten sogar toll sind. Das aber in dem Augenblick, wo es richtig viel Geld kostet und möglicherweise viel Geld bringt, Biontech nach London, andere jetzt hier gerade nach Schweden verkauft, nach Norwegen verkauft, dass dann das Ausland attraktiver wird. Was können wir denn gegen diesen Bruch machen? Also ich glaube, da müssen wir auch vorsichtig sein. Wir haben auch jahrelang, hat die deutsche Wirtschaft ihr Geschäftsmodell gestärkt, indem sie im Ausland Investionen gemacht haben. Das ist ja eine komische Gemengelage, dass wir stolz sind, wenn unsere Unternehmen skalieren und im Ausland zukaufen und kaum kommt einer zu uns, sind wir irritiert und sagen, oh, wollen wir das überhaupt, dass das nicht mehr in deutscher Hand ist? Also das ist wichtig für die politische Debatte, dass wir beides machen. Ich meine, eine mit den größten Investments, die im Moment in Deutschland stattfinden, finden durch Microsoft, Google und Apple statt. Und Intel, das wir dann wieder leider fördern müssen, damit es Attraktivität hat, weil wir keine Rahmenbedingungen haben, die per se attraktiv sind. Und ich glaube, da müssen wir gucken, wie wir die Staatsmittel einsetzen. Aber ich bin unbedingt dafür, dass der Staat sich im ersten Schritt reduziert und den Märkten mehr Kraft gibt nach vorne. Und da gibt es viele Beispiele, auch empirisch aus den USA, aus England, aus anderen Maßnahmen, wo über die Steuersenkung, dadurch, dass das Substrat sich verbreitert, in Summe mehr Steuern reinkommen auf einer niedrigeren Bemessungsgrundlage. Jetzt muss man sich aber anschauen, bei Intel 10 Milliarden Euro. Dafür, dass ein Unternehmen sich hier ansiedelt und dann nicht mal jetzt die große Entwicklungsabteilung hier aufbaut. Die bauen Brot- und Butterchips hier. Also muss ich sagen, so ganz, also ich persönlich oder wir als Union sind da nicht so sehr begeistert, dass natürlich Ministerpräsidenten, die dort sind, klar, nimmt man alles, wenn es auch Bundesgeld gibt. Aber da bin ich ein bisschen skeptischer, was das angeht. Wir haben einen Kapitalabfluss im vorvergangenen Jahr gehabt, der war noch nie so hoch. Um die 130 Milliarden Euro, vergangenes Jahr um die 90 Milliarden Euro. Wenn man sieht, es wird investiert, aber nicht in Deutschland. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriegen wir das Ganze wieder hier bei uns auf unserem Boden eben auch hin, mit festen Arbeitsplätzen und vielem. Und da ist es schon in der Tat wichtig, dass, sagen wir mal, die Steuerquote, also im Mittel liegen wir ja schon mal ganz schön, aber wir haben 29 Prozent etwa, OECD-Mittel ist 23 Prozent und EU-Mittel ist 21 Prozent. Jeder, der rechnen kann, sagt sich doch, ich gehe dahin, wo ich vor dem Aufschließen meiner Firmentür nicht schon viel mehr abzugeben habe. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das muss so ein Gesamtkomplex, denke ich, sein. Wir brauchen in Deutschland eine Flexibilität in der Arbeitszeitregulierung. Also die EU erlaubt eine Wochenhöchstarbeitszeit, wir haben Tageshöchstarbeitszeit. Auch die Frage, was bleibt mir, wenn ich mehr arbeite? Also lohnt es sich wirklich, wenn, ohne Fleiß wird es halt nicht gehen und lohnt es sich wirklich, wenn ich mehr arbeite, Überstunden mache, was bleibt mir dann von dem Euro? Nur 40 Cent, dann kann ich auch vielleicht daheim bleiben. Also da steuerliche Anreize auch geben. Das Bürgergeld halte ich zum Beispiel auch für wirklich einen Fehlanreiz. Wir haben steigende offene Stellen und steigende Arbeitslosigkeit, dann ist das Arbeitsmarktinstrument nicht das Passende. Also am Ende wird es nicht nur ein Schräubchen sein, weil das nicht immer passgenau ist. Wir haben auch gute, damit wir nicht in Depressionen verfallen, wir haben ja auch gute Sachen in Deutschland, das ZIM, dieses Zukunftsinvestitionen oder Innovationsprogramm für den Mittelstand, was nachgewiesenermaßen zeigt, wie innovativ unser Mittelstand ist und wenn er dann da eine Förderung für bekommt, dass es sich wirklich in wahre Münze feste Arbeitsplätze und Steuerzahler auch quasi ummünzt und das glaube ich, da sollten wir hinschauen, was wollen wir machen in Zukunft. Also wir haben dieses Thema Arbeitszeit ja hier auf dem Gipfel auch schon mehrmals erörtert und sind uns alle eigentlich einig, weil wir hier auf dem Ludwig-Ehrhard-Gipfel sind, Arbeit muss sich lohnen und wir sind fleißig und vier Tage Woche ist doch eigentlich ein Blödsinn und sonst wie. Aber die Idee, die kommt ja aus einer Haltung heraus, die viele Menschen auch nach vorne tragen und von der Sie sich angesprochen fühlen, nämlich ich möchte gerne meine Arbeit machen, ich möchte in dieser Zeit möglichst viel schaffen, aber ich möchte auch viel Zeit für mich haben und dieses Thema eigene Zeit und Familie und sonst ist total wichtig geworden, vielleicht wichtiger als in der Generation davor. kann ja jeder machen, wie er will, aber das müssen dann nicht die anderen bezahlen, ehrlich gesagt. Also das muss ich ja irgendwie auch rechnen und wenn er genau so ein Modell machen will, dann muss man sich selbstständig machen, wenn es dann funktioniert. Das kann ja nicht klappen. Ja, aber ich glaube, wir müssen da auch uns mal ein Stück weit ehrlich machen, bei allem Verständnis. Ich habe ja selber auch Leute, die ich einstelle und spannend, also sehr unterhaltsam sind Bewerbungsgespräche, wenn Sie die führen. Das ist, also es gibt Sachen, von denen wusste ich gar nichts. Aber es ist, aber es ist wirklich schon so, dass wir heute auch nicht nur, aber zum Teil mit einer Generation natürlich auch zu tun haben, die gehören auch zu einer Erbengeneration. Ich meine, wenn man sagt, ich arbeite voll, damit ich auch was rauskriege, damit ich mir mal eine Wohnung oder ein Haus leisten kann, damit ziehen Sie viele gar nicht mehr auch ran. Und dieses Work-Life-Balance ist verständlich, aber am Ende, glaube ich, muss man auch deutlich machen, man kann Arbeitszeit reduzieren, aber dann müssen wir auch Standards reduzieren. Sonst wird das nicht funktionieren, weder in den Sozialsystemen, Stichwort Krankenkasse, wenn ich nur ein Teil arbeite, aber voll versichert bin, dann rechnet sich das irgendwann nicht mehr. Und darüber muss Politik reden, wir dürfen dann nicht etwas versprechen, was nur Wellness vermittelt und am Ende nicht einzuhalten ist. Ich möchte mal noch ein Thema streifen, für das wir ja eigentlich alle gar nichts können, was uns aber total berührt, nämlich die Geopolitik. Wir haben ja darüber gesprochen, was in Deutschland machbar wäre, was in der EU machbar wäre, das können wir ja vielleicht beeinflussen, aber was zum Beispiel an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland passiert, können wir nicht so sehr beeinflussen. Jetzt gibt es natürlich die Diskussion, Frau Strack-Zimmermann ist eine Vertreterin, die gestern da war, die sagt, mehr Waffen, damit das hier auch mal vorangeht. Es gibt Teile in der SPD, die sagen, einfrieren, damit wir da ein bisschen Ruhe haben. Was ist besser für eine Wirtschaft? So etwas durchzufechten und auf einen sehr langen und sehr schmutzigen Krieg hinaus zu gehen oder zu sagen, jetzt auf Teufel komm raus, Frieden. Herr Wurmser, Sie sind neutral. Sie trifft es jetzt. Ja. Ich weiß nicht, dieser Konflikt jetzt da, dieser Krieg, der jetzt schon seit zwei Jahren am Kochen ist da, der betrifft uns ja alle und es geht, ich sehe da mehr, das ist ein Kampf um politische Systeme. Autokratien versus Demokratien und jetzt können wir uns heraufsuchen, wen unterstützen wir? Also das ist der Fall, ganz klar. Aber ich würde gerne mal eine wirtschaftliche Einschätzung haben. Bitte? Ich würde gerne mal eine wirtschaftliche Einschätzung haben. Es ist eine moralische Einschätzung, eine politische Einschätzung. Aber was ist die Sicht eines Investors? Okay, wenn ich jetzt wieder auf unser Thema Rohstoffe zurückkomme, dann müssen wir Resilienz aufbauen. Also Ihnen kommt das eigentlich entgegen, weil man sagt Resilienz, dann haben wir hier Rohstoffe? Nein, es ist ein Weckruf für uns im Westen, dass wir mehr Resilienz schaffen müssen. Russland ist ein wichtiger oder war ein wichtiger Lieferant von Rohstoffen. Wir wissen gar nicht, was jetzt noch in China noch kommt. Das Damoklesschwert von Taiwan, das hängt überall. Also das müssen wir uns auch noch, darüber müssen wir auch mal reden. Resilienz aufbauen. Aber Resilienz schaffen ist wichtig. Und deswegen komme ich wieder darauf zurück, was wir am Anfang darüber geredet haben. Rohstoffe sind am Anfang von allem Rohstoffe sichern Industrien, Industrien sichern Wohlstand. Das heißt, Resilienz aufbauen innerhalb unseres Wertesystems. Man kann später immer noch sagen, man möchte die Rohstoffe, die man hier nicht fördern kann, dass man die vielleicht an anderen Ländern fördert oder holt. Ich würde gerne, Herr Allers, Blick aus der Wirtschaft. Von der wirtschaftlichen Betrachtung, ganz interessante Erfahrung war für mich augenöffnend auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe einen Hedgefonds-Manager getroffen aus den USA. Wir kamen so ins Gespräch und über Deutschland, was weiß ich, die Welt und kamen auf den Ukraine-Krieg. Und im Gespräch stellte sich schon raus, dass er Republikaner ist oder zumindest der Partei sehr nahe stehend. Und dann im weiteren Verlauf stellte sich raus, dass er ein Unterstützer von Herrn Trump ist, was mich dann zunächst überraschte. Mir war es nicht so bewusst, wo überall diese Unterstützer mittlerweile sind. Über das Spenden-Dinner haben wir es jetzt alle rausgefunden, welche Leute auch machen. Er hat eine ganz einfache Formel aufgemacht und hat gesagt, seine Überzeugung, wenn Donald Trump gewählt ist, wovon er überzeugt ist und das Haus republikanisch bleibt, dann wird als Dealmaker Trump diesen Krieg mit Putin ganz schnell beenden. Er ging nicht darauf ein, wie das Ende aussieht, aber er wird ihn beenden. Wenn diese Unsicherheit aus den Märkten ist, werden alle seine Investments nach oben gehen und deshalb, er sei auch Dealmaker, sei das für ihn die bessere Option. So denken Menschen in unserem demokratischen Umfeld. Und was haben Sie gedacht, dass er Ihnen das so gedacht hat? Wie haben diese Dealmaker darunter, die das machen? Ja, schlecht. Ja, das ist ja für uns unvollständig. Also ein Deal, da sind wir uns doch heute einig. Wenn wir heute einen Deal machen, geben wir unsere Freiheit frei und wir ziehen die Grenze, die im Moment dort verläuft, am Baltikum, Polen und Ukraine runter, wo wir auch eigentlich die Grenze sehen wollen, wieder zu uns ins Land und eins ist sicher, dann macht doch jemand weiter, wenn er erfolgreich ist. Und dementsprechend ist es nicht richtig zu Ende. Diese Situation ist zu Ende. Wir haben doch vor allem auch gerade auch wirtschaftlich gesehen, welche Fehler in der Vergangenheit gemacht worden sind, beim Einmarsch auf die Krim nicht schon klare Kante gezeigt zu haben, sondern gesagt haben, na ja, da gucken wir mal und wir wollen ja Öl und Gas noch und so weiter. Wie mussten wir jetzt mit der Energiekrise wirklich hart arbeiten, als Europäische Union in allen Mitgliedstaaten von diesen Abhängigkeiten loszukommen, gerade in Deutschland, weil man da extrem einseitig Richtung Russland aufgestellt war, aber wir haben es geschafft. Es hat sehr, sehr viel Anstrengung gekostet, aber es hat geschafft. Jetzt werden wir doch hoffentlich denselben Fehler nicht wieder tun. Und da hat Herr Wurmser völlig recht. Da müssen wir vor allem nach China blicken. Keiner will, dass man das alles komplett aufgibt. Aber man muss doch so realistisch sein, zu sagen, uns jetzt so stark aufzustellen, dass wir nachher nicht erpressbar sind. Und ich glaube, am Ende des Tages, und da werde ich jetzt ausnahmsweise mal als Bankerin auch geopolitisch, weil das für unsere Kunden relevant ist, am Ende des Tages sind wir so als Europäer auch noch eine Abschreckung gegen den Chinesen gegenüber Taiwan eben nicht zu vereinnahmen, weil die Chinesen stärker rechnen, was sie das nachher in den Partnerschaften kosten würden. Ich meine, wenn das wirklich knallt in der Straße von Taiwan, dann ist das für uns wirtschaftlich alle, das ist nachher die große Krise. Dagegen ist das, was wir jetzt erleben, wirklich nur ein müder Schiffen. Einmal Gelegenheit für ein Statement geben und dann Herrn Pelles, weil ich schon die wirtschaftliche Sichtweise auf diese geopolitischen Konflikte sehen möchte. Wie ist denn die geopolitische Lage aktuell? Ich glaube, die müssen wir uns im Gesamtbild vor Augen führen. Wir haben China, Nordkorea, Nordkorea beliefert, unterstützt gerade auch Russland, waffentechnisch. Wir haben Nordkorea, China, wir haben Russland, wir haben den Iran. Indien wird noch militärisch finanziert, auch von Russland. Das muss man sich alles sehen, welche Systeme zusammenarbeiten und wir haben einen ganz starken Arm Richtung Afrika von Russland und China, Südafrika, ganz eng mit Russland, auch militärisch. Warum sage ich das immer militärisch? Weil das ineinander übergeht und das sind Systemwettbewerbe und dann ist der Westen noch da, der sich darüber streitet, ob man ein Markus-Hur-Abkommen macht oder nicht macht. Und das ist, ich glaube, das haben wir noch nicht so richtig kapiert, weil wir in einem Wohlstand gelebt haben oder leben, wo wir diese Add-ons immer fordern. Und was heißt das jetzt für die Wirtschaft geopolitisch und geostrategisch? Würden wir uns komplett von China abkoppeln, würde unsere Wirtschaft fünf Prozent runterrasseln. Wir können es gar nicht machen. Aber wir müssen unsere Interessen vertreten. Das hätte ich mir auch vom Kanzler jetzt ein bisschen mehr gewünscht in China. Reziprozität. China, die Chinesen können hier Infrastruktur bei uns kaufen. Für unsere Leute ist das null möglich in China. Und wir sind der wichtigste Handelspartner für China. Insofern können wir auch Interessen formulieren. Und das sind wirklich Systemwettbewerber. Was heißt das für die Wirtschaft? Unternehmer sind ja nicht nur eindimensional Unternehmer. Das sind auch Menschen, die in einer Demokratie leben. Das sind Bürger, die Interessen haben, die Kinder haben, die auch wollen, können, dass man in einem System aufwachsen oder leben kann, das mir Freiheiten auch sichert. Und für die Wirtschaft ist es am Schluss immer ein Negativgeschäft, in einer Autokratie zu sein, wenn man auf der falschen Seite dann ist. Und insofern kann ich uns nur sagen, wer die Demokratie nicht verteidigt, der opfert auch die Wirtschaft. Und zum Thema Russland, wer will denn was dealen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz klares Statement. Aber dealen kann man nicht. Wer die Demokratie nicht verteidigt, der tut der Wirtschaft auch nichts Gutes. Aber ich will was sagen mit dem Dealen noch mal. Man kann Trump, und das will ich all diesen Trump-Fans sagen, man kann nicht über ein Land dealen, denn es gibt nichts herzugeben, weil Trump gehört die Ukraine nicht. Klares Statement. Und wir kommen jetzt zum Ende, aber Herr Pelles, ich würde Ihnen gerne noch Gelegenheit geben. Kurze Antwort auf die Frage, Sicht der Wirtschaft, auf Konflikte schnell beenden oder Werte verteidigen? Sorry. Schnell beenden oder Werte verteidigen? Krieg soll man schnell beenden, aber zugunsten von uns in der Demokratie, wenn das geht. Aber was man machen kann, in die europäische Autonomie investieren und dann ist Verteidigung ein wichtiger Faktor. Digitales, Industrie, Energie, habe ich schon darüber gesprochen. Lebensmittelversorgung ist ein wichtiger Faktor, weil die Lebensmittel teilweise aus der Ukraine kamen, mit mehr Menschen auf diese Welt, müssen wir machen. Aber Verteidigung gehört in die europäische Autonomie als Investitionsmöglichkeit für die Zukunft. Das war bis früher nicht der Fall. Wir müssen aufhören. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema, aber wir hören jetzt auf. Wir haben hier eine tolle Runde gehabt und ich habe ein Stichwort habe ich im Kopf und das haben Sie alle irgendwie immer hier bewegt und das hieß Fast Track. Lassen Sie uns das Schnellboot auspacken und den Fast Track nehmen an diesen vielen Unsicherheiten und an diesen vielen Klippen vorbei gibt es manchmal einen Weg, der uns schneller zum Ziel führt. Das haben Sie ja alle gezeigt. Vielen Dank dafür. Danke fürs Zuhören. Applaus 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 Applaus